Musik Wenn jetzt hier noch ein bisschen Tiere... Schwieriges Wort. Das sind Requisiten, die man zum Theater braucht. Auch wenn man Theater spielt... Oder beim Wassermann... Brauche ich mir, ist da noch ein bisschen Wasser und Fische und Seeras aus oder schadegeneigt? Hinter einem Stuhlspiel mit einer Lähne kann man das nicht. Man muss es einfach hinbekommen, an was man braucht. Oder die Figuren müssen es nachher halten. Es ist ja schön, seid ihr alle hier. Ich kann zuhören, was euch der Kasperli heute erzählt. Und dabei habe ich heute den freien Amito gewiss gar nicht so recht, was ich machen soll. Grüß dich Kasperli. Das ist jetzt aber gut, dass ich dich treffe. Ich habe dich nämlich gerade gesucht. Aha! Du hast mich gesucht, der Polizist. Ja, aber nicht, weil ich irgendwie etwas postgetan habe. Ich weiss doch gar nichts. Nein, nein, Kasperli. Sicher nicht. Aber ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? So! Ja, was kann ich dir helfen? Ich muss gerne Streifenlaufen. Wenn ich mich auf die Polizistenarbeit einlasse, gehe ich jetzt etwas Feines zum Mittagessen und mich noch etwas ausruhen, dass ich dann fit bin heute Abend am Tag. Also, ich komme gleich wieder aufschauen. Ihm! Schon ist die Perani geklattet! He he he! Ich muss dann doch noch schnell versorgen im Hexenhaus, he! So! Ich bin nicht mehr da. Das ist alles so schön. Ich bin wieder ein Hexenwesen, du kannst den Wald frezen. Das ist gut, das mache ich nicht. Ich muss neben dem. Aber was mache ich jetzt von ihm noch weiter? Weisst ihr? Der Radklapperschlabbel ist nämlich in Ferien. So dumm. Ohne Wege. Ja genau. Das ist die Idee! Super Hexenidee! Es wird dich auch entrochen. Nein, das weiss ich plötzlich noch. Äh, ein Flätenbus! Äh, auch nicht. Miau! 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 Wo bin ich denn da? Miau! Du bist ja gar nichts, Fredeli! He! Das heisst, der noch gebt Grüße! Ich bin die Waldhexe und habe dich jetzt gerade nachher gehackset. Ich bin das Hexenhaus. Komm, Büsse, Fredeli! Dir oder her? Ich gebe dir ein bisschen Milch. Hoho! Komm, bist du nicht zu fies! Komm, ich muss ihn schnell nicht aus dem Sack nehmen. Ja, hallo! Hier ist der Kasperli, stellvertretender Polizist. Freneli! Grüß dich, Freneli! Hast du jetzt den Kasperli wollen oder den Polizist? Der Polizist? Ja, der Polizist ist einfach heute in diesem Hölzli. Was ist denn los, Freneli? Du kannst mir alles sagen, ich muss heute für Ordnung schauen. Ich komme mit ins Kühlschloss. Aber weisst du was? Jetzt gehe ich noch schnell auf eine Polizei-Poste, und schaue, ob alles in Ordnung ist. Und in vielen könnte ich doch hier im Schloss, in der Schlosskoche, ein Stück Fein, ein Koguhopp für mich organisieren. Weisst du? Ich komme mit dem Klosserl. Ich komme mit dem Klosserl.